Wir haben noch einen frühen Aufschluss mit ihm gehabt, der es ungefähr so war. Jo, gibt nichts zu tun. Viel Spaß. Dann haben wir uns noch kurz gefreut, alle gemeinsam. Und dann sind wir raus aus dem und sind quasi, ich weiß auch, jeder seine Dinge. Ab ins Wochenende. So quasi ab ins Wochenende, ja. Aber es war verrückt, weil gleichzeitig, noch am Anfang der Woche, glaube ich, waren wir kurz vor Abbrechen, so ungefähr. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Und es hat sich einiges ergeben, aber aus der Ecke heraus. Dann haben echt ein paar Leute crazy, crazy gearbeitet. Wir ja eh auch. Mittwoch war Wahnsinn. Haben wir Prepare Programming wieder gemacht. Das ist ein echt spannender Ansatz. Es kommt aus dem Extreme Programming, nennt sich das, und behandelt sozusagen den Arbeitsflow, also den Workflow. Wie arbeitest du zusammen? Und das erinnert mich auch wieder an Newport, wo er sagt, das war eine schöne Unterscheidung. Er sagt nämlich, ja, der Knowledge Worker ist ja quasi für sich betrachtet so schlau, dass er sagen kann, dass nur er sagen kann, wie er arbeiten soll. Also du kannst ja quasi niemandem sagen, hey, erfinde eine neue Marketingstrategie, und das geht so und so und so, mach das bitte, ne? Weil das geht nicht, ne? Da zieht man zurück auf Jahre eine Erfahrung und greift auf ganz viele andere Sachen zurück. Und das hat Drucker schon gesagt. Also der Newport bezieht sich da die ganze Zeit auf Drucker. Und damals war das komplett neu. Also das war Wahnsinn. Das war so, was? Man kann Leute einfach arbeiten lassen, das was sie glauben, ohne irgendwas. Nein, weil das kommt aber alles aus der Fertigung, aus der Produktion, wo sozusagen jeder Schritt angeleitet worden ist und optimiert worden ist und hier und her. Und dann war so, was? Diese Leute da im Büro? Die können einfach mal arbeiten? Und ich sage, ja, die müssen arbeiten. Du kannst ihnen nicht vorgeben. Der Chef kann nicht schlau sein, als jeder seiner Mitarbeiter. Und er hat ja auch den Begriff Knowledge Worker, ich glaube, erfunden oder zumindest geprägt. Also kein Newport, oder was? Nein, Peter Drucker. Ach so. Peter Drucker. Aber in den frühen 50er Jahren, glaube ich, oder so. Also wirklich vor irgendwann. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, wo ich hinwollte. Ach so. Und er unterscheidet das sozusagen der Workflow auf der einen Seite und die Erledigung der Arbeit auf der anderen Seite. Und das kann dir niemand erklären, wie die Erledigung der Arbeit funktioniert. Das kannst nur du in harter Arbeit sozusagen erfinden. Also wie soll dieser Werbetext sein? Wie könnte eine Marketingstrategie ausschauen? Was ist die Strategie des Unternehmens? Muss ja nicht immer so hochtrabend sein, aber was auch immer. Und dort kann man nicht reinfuschen. Das muss jeder für sich selber machen. Dafür wirst du als Experte quasi angestellt oder was auch immer, dafür, dass du das erledigst. Worüber aber man sehr wohl sprechen kann und auch optimieren kann, ist eben dieser Workflow. Und ich überlege die ganze Zeit noch ein deutsches Wort dafür, weil Arbeitsfluss klingt irgendwie nicht so toll. Das hat irgendwie... Ja, und Arbeitsprozess ist auch... Also eben Arbeitsfluss ist... Ja, aber Arbeitsprozess ist vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich. Ist zwar ein bisschen frei übersetzt, aber warum nicht eigentlich? Arbeitsprozess finde ich okay. Und den kann man natürlich sehr wohl steuern und optimieren. Und das finde ich eigentlich schon einen sehr interessanten Aspekt quasi. Ich meine, er betont dann gleich eins weiter, dass es ganz wichtig ist natürlich, dass die Mitarbeiter mitsprechen können. Und da bezieht er sich auf ein Locus of... Hm, super. Locus of irgendwas, Theory, wo es sozusagen darum geht, und da kommt unsere Scheinpartizipation mit an Bord, dass man sich sozusagen... Du musst das Gefühl haben, dass du mitbestimmen kannst. Und du kannst es auch im Zweifel. Das ist wichtig. Das unterscheidet es halt von der Scheinpartizipation. Du kannst auch. Erstaunlicherweise wird am Ende des Tages nicht viel rauskommen. Also es werden nicht tausende Leute kommen und sagen, ich möchte unbedingt meinen Arbeitsprozess ändern, weil das geht gar nicht. Aber jeder hat die Möglichkeit, ihn zu ändern. Und auch das Gefühl, er kann ihn ändern. Und das allein versetzt sozusagen Berge auf dieser Welt. Ja, ich finde halt... Also da sind ja mehrere Aspekte spannend. Einerseits, wo diese... Sag ich mal, die Reflexionsebene einsetzt, dass man das ändern möchte, oder von wem das ausgeht. Und was ja... Also... Eben diese... Was man ja mit den E-Mails... Also auch vom Kay Newport das gute Thema mit... Wie... Also für mich ist immer diese Reflexionsebene dann die spannende Frage, weil es ist quasi schön, dass man den Prozess ändern kann. Aber... Du musst ja erst einmal dorthin kommen, dass du checkst, dass du den Prozess ändern kannst. Ja, aber jetzt... Also gedanklich kommt er gerade von der anderen Seite. Also sagen wir mal, du bist Abteilungsleiter oder Chef deines Unternehmens, was auch immer. Und du hast jetzt eine super Idee und sagst, hey, das mit den E-Mails, das ist blöd. Lass uns ganz anders zusammenarbeiten. Und dann stülpst du... Dann setz dich in deinen Kammerl und stülpst einen Prozess über alles drüber. Und dann kommst du... machst irgendwie ein Monday-Morning-Meeting und dann kommen alle rein und du sagst, Leute, ab heute, ab jetzt, ab morgen arbeiten wir ganz anders. Und alle so... Bist du verrückt? Was heißt anders? Wie und überhaupt, ne? Du wirst Widerstände damit auslösen. Und in dem Moment, wo du aber hergehst und sagst, schaut's Leute, habt ihr auch festgestellt, wir haben dieses und jene Herausforderung, Problem, wie auch immer man das nennen möchte, was könnte man tun? Und dann machst du ein paar Vorschläge und dann können sie das vielleicht noch gemeinsam erarbeiten und hin und her. Und gleichzeitig baust du einen Prozess auf, wo man sagt, ja und übrigens, das ist ich, alle zwei Wochen, einmal im Monat, setzen wir uns eine Runde zusammen und besprechen Veränderungen an diesem Prozess. So wie man das bei uns im Scrum zum Beispiel in der Softwareentwicklung macht. Und du sagst dann, ja, das und das wird's Möglichkeit, das haben wir gut gemacht und da und dort wünsche ich mir, dass wir vielleicht drüber nachdenken und wir Sachen anders machen können. Und in dem, auf dem Punkt, wo du dann die Möglichkeit hast, das zu formulieren und dann nicht denkst, nee, ist der wahnsinnig, jetzt muss ich auf ewig in diesen, in diesen Prozess, der dann vielleicht nicht funktioniert, bin ich dann festgesteckt. und die Leute gehen sofort auf Widerstand und raus aus, hey, das könnte funktionieren und super, sondern so, stopp, stopp, stopp. Und du möchtest nicht in diesen Widerstand hinein, ne? Und bringst damit die Leute in dieses Gefühl der Kontrolle. Und das ist ein gutes Gefühl, erzeugt sofort bei ihnen, erzeugt sofort Motivation und wenig Widerstand. Und alles andere, was du irgendwie so drüberstulpen möchtest, erzeugt Widerstand. Ja, also, ja, genau, genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja im, so in der, wie sagt man, in der Theorie oder halt natürlich auch in der Praxis ist das ja nichts irgendwie Neues oder Unbekanntes, dass du halt einen, einen Veränderungsprozess oder so Change Management ist ja immer ein, ist weder Topdown noch Bottom-up, sondern es ist ja eben so ein, ein, ein Partizipationscharakter, ist quasi auch methodisch wichtig, dass du halt, du kannst schon Ideen und Konzepte liefern, aber am Ende des Tages muss quasi von innen heraus diese, die Entwicklung kommen oder halt die Vorschläge für die Prozesse und da ist aber eigentlich wieder der spannende Punkt mit dem, mit dieser Reflexionsebene ist, dass du dann trotzdem aus den Menschen rausbekommst, dass sie sich darüber Gedanken machen, dass sie die Prozesse optimieren könnten. Also es ist dann eben genau dieser Punkt dann so spannend von, also eben vor dem Buy-in oder dieser implizite Buy-in, der ja dann durch diesen Change-Prozess von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann ja sowieso kommt. Und das ist aber das Spannende, weil, also haben wir ja eben auch schon öfter angesprochen oder halt auch teilweise gemacht, jetzt in meinem Fall natürlich ja in irgendwie Hochschule, dort so Veränderungsprozesse, sind wieder was anderes, aber methodisch ist es ja quasi genauso spannend, weil du ja das so aufbauen musst sozusagen, dass alle partizipieren und dann musst du quasi diese Ideen aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rausbekommen sozusagen. Ich finde das sehr gut und zwei Aspekte, die ich dazu ergänzen, möchte auf der anderen Seite vielleicht noch kurz zitiert, wo ein Beispiel war, ja du könntest einfach sowas irgendwie sagen, okay, wenn du nicht, es ist ein bisschen wild vielleicht, aber wenn du nicht mindestens im Jahr zehn Verbesserungsvorschläge eingebracht hast, dann scheidest du automatisch aus jedem Bonussystem aus zum Beispiel. Klingt ein bisschen wild, aber mir hat dann trotzdem die Idee gefallen, zuerst einmal gedacht, nein, das ist Blödsinn, da tut jeder irgendwas dann vorschlagen, damit halt nur seine zehn Punkte hat. Ja, richtig, aber allein in dem Moment, wo du dir wenigstens irgendwie fünf oder zehn oder was dann auch immer Punkte hast, überlegen müssen, also sei mal nicht böse, da wird irgendwas Sinnvolles dabei sein. Wenn du dich einfach mal gezwungen bist, und wenn es nur einmal im Jahr ist, dass du dich einfach mal hinsetzt und zehn Dinge aufschreibst, die dir eigentlich am Herzen liegen würden, oder vielleicht liegt es eben da nicht am Herzen, aber die dir halt relativ schnell kommen, wenn du dann darüber nachdenkst, dann hast du wenigstens ein bisschen was. Du hast zumindest so eine Base und du kommst vielleicht in dieses Mindset rein. Spannend ist das aber nur, wenn du quasi dann jedes Jahr diese Zehnerliste abschließt und nicht nochmal einreichen darfst, die Punkte. Ach so, ja. Dass du halt nicht irgendwie, naja, aber weißt du was ich meine, weil dann ist ja genau der Punkt, dass du, ja, ist klar, Genau, aber da bin ich dann genau bei dir, weil ich sage, da wird es ja dann super spannend, weil klar kannst du das erste Jahr, kannst du es noch aus dem Ärmel schütteln und irgendwie in der Mittagspause schreibst du zehn Punkte, aber wenn du im Jahr darauf schon vorbereitet, also mehr oder weniger mental vorbereitet bist, weil du weißt, okay, ich muss bald diese zehn Punkte einreichen und ich darf nicht den neuen machen, dann hast du ja schon automatisch einen neuen Gedankenprozess angestoßen bei den Menschen, dass, ja okay, ich muss jetzt zehn neue und die können dann so niedrigschwellig sein, wie man will eigentlich, diese zehn Punkte, aber du hast dann trotzdem nochmal überlegt über zehn neue Punkte, was dann auch wieder eigentlich super spannend ist, weil es da keine, wie sagt man, keine Wertung gibt über den Input, den du ablieferst, also das kann wirklich so niedrigschwellig sein, wie du möchtest, das kann auch super detailliert sein, mach das mal über drei Jahre und dann kommen da, also wie du sagst, da kann, da ist es fast unmöglich, dass da nicht einmal ein halbwegs sinnvoller Punkt dabei ist eigentlich. und vor allem mein Punkt ist ja, ich würde nicht verstehen, warum sollten sich Leute so massiv dagegen wehren, also ich meine, du hast irgendwas passt da nicht in deiner Arbeit und du hast die Möglichkeit, das zu formulieren und zu bringen, ich meine, es gibt natürlich Möglichkeiten, dass du halt Angst hast oder dass es dir nicht appropriate erscheint oder dass es dich im schlechten Licht erscheinen lässt, ja, ja, das ist alles klar, aber abgesehen davon, ich meine, warum wird es nicht irgendwas, was dich behindert bei der Arbeit oder was dich nervt oder was da was wünscht oder weiß nicht was, warum wird man das nicht präsentieren wollen, also das finde ich schon einen ganz wichtigen Aspekt auch der Zusammenarbeit, das bist du auch sozusagen dir selber eigentlich dann am Ende des Tages schuldig, dass du das formulierst. Was ich da aber ganz spannend finde, ist, wie man, also wie, wie schafft man diese Ängste abzubauen, weil eigentlich möchte man ja so eine Arbeitskultur haben in egal welchem Umfeld, dass du eben diese Ängste gar nicht hast und ich meine, wir haben ja, wir haben ja da teilweise auch kleine Konzepte und Projekte und Ideen gehabt mit wie bekomme ich diese angstfreie Partizipation hin in solchen Veränderungsprozessen und da gibt es ja, also, es gibt Potenzial, sage ich mal, aber das ist halt ein Punkt, den darf man, glaube ich, nie aus den Augen verlieren, dass es immer solche Hindernisse ergeben wird und die Frage ist, wie baut man solche Hindernisse möglichst gut ab? Ja, aber ich glaube, wichtig ist auch da wieder, das ist ja natürlich vielschichtig, das Thema. Ich hatte jetzt so ein Team vor Augen, du hast jetzt, glaube ich, richtige Veränderungsprozesse vor Augen und dort entstehen natürlich ganz andere Ängste, weil da geht es halt um, also je nachdem, was dort los ist, aber da kann es ja gehen bis zu Jobverlust, Veränderung, die massiv den Job beeinflussen würde oder zumindest verändern würde und dass da natürlich massive andere Sorgen und Ängste dahinterstehen können, ist klar und da muss man auch dann wirklich nochmal massiv reingehen, was für Möglichkeiten man schafft und ich glaube auch da, dass man zum Beispiel nie vergessen sollte, dass eine gewisse Anonymität wichtig sein kann, also das ist eigentlich und das ist so leicht zu realisieren, also ich meine, stelle ich irgendwo einen Briefkasten auf und da kann einfach jeder einen Zettel reinschmeißen und wenn er dann schlag genug ist, dass er nicht seinen Namen draufschreibt, dann ist Harvig sichergestellt, da wird er schon mal einen Tag oder Zeit finden, dass das halt einfach so ist oder digital, ja digital ist in Wahrheit wesentlich schwieriger, wie auch wegen der Nachvollziehbarkeit und so, aber ja, mach es einfach analog problemlos, ne, und ja eigentlich ist ja da der interessanteste Punkt, wo wir eigentlich wieder bei einem anderen Prozess sind, ist, ob du, ob du es jemals schaffst von so einem analogen Prozess, das dann digital auch sicherzustellen, sozusagen, also im Sinne von Brief ist ja ganz nett, aber du bist wahrscheinlich effizienter oder du kannst den Prozess effektiver starten oder steuern, wenn du es halt digital öfter abrufen kannst, sozusagen, oder halt einfach einen, also wieder, das ist halt natürlich eine andere Ebene, weil das ist ja ein größerer Entwicklungsprozess, den du ja eben nicht mehr oder weniger implizit im Arbeitstag, so jetzt quasi in unserem, in unserem Kopf mit, da ist ein Briefkasten und du kannst jederzeit dann vorbeigehen und irgendwas einwerfen, was ja natürlich eine andere Sache ist, wenn du das als großen Prozess aufziehst, ist ja, also da entstehen natürlich methodisch auch andere Fragen, dass du dann sagst, ja, wenn ich das dreimal im Jahr mache, dann kann ich, ob ich das dann noch immer mit einem Briefkasten mache oder ob ich mir eben so ein technisches System oder irgendwas Digitales überlege. aber ich würde dem Punkt nicht so tragisch sehen, weil ich meine, im Normalfall sollten doch 80 Prozent der Themen, die da halt auftun, so sein, dass sich die Leute das formulieren trauen, weil sonst hast du ja wirklich ein massives Vertrauensproblem in, also da ist ja andere Probleme meine ich damit. Ja, das stimmt. Also da bist du einfach ganz woanders und da soll ich halt ab und zu, gibt es einfach Punkte, war auch bei uns schon in der Firma, wo man sich einfach denkt, naja, ich weiß nicht, das ist schon ein Punkt, über den man vielleicht sprechen sollte, aber hat halt so ein bisschen einen Beigeschmack, wo man, weißt du, das könnte dann falsch verstanden werden oder ob dann die Motivation die richtige ist, wenn man sowas sagt, ja, oder was auch immer, und dann wäre es natürlich schon gut, wenn man eben diese Möglichkeit hat und auch da wieder, glaube ich, geht es viel um die Möglichkeit. In dem Moment, wo du immer denkst, ja, aber eigentlich, wenn es nicht so ist, gut, ich könnte mir immer irgendwie das gar auf einen Zettel schreiben und dort einwerfen, ist ganz eine andere Geschichte, als wenn ich mir denke, ah, das würde ich schon gerne loswerden, aber naja, ich kann einfach nicht, weil ich meine, das kann ich mir nicht erlauben, also ich kann das, also geht es gar nicht, Und gerade natürlich, wenn es über Hierarchie-Ebenen geht, ist auch nochmal ein Thema, weil es gibt einfach Hierarchie-Ebenen, die könnten natürlich nicht Sachen so locker offen ansprechen, wie vielleicht auf einer Mitarbeiter-Ebene, wenn es darum geht, weiß ich nicht, die Zusammenarbeit mit Team A klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Weißt du, was ich zum Eingang eigentlich noch sagen wollte? Du hast vorher gesagt, naja, das ist schon klar, dass man Sachen nicht über ein Team drüber stülpen kann und, weil die dann halt irgendwie partizipieren müssen können, etc. Ja, vollkommen klar, aber allein, wenn ich von mir selber schließe, wenn ich mal da sitze und mal schöne Sachen überlege, dann bin ich überzeugt, dass das alle urtoll finden werden und dass ich mein System über alles drüber stülpen kann und komme fast gar nicht auf die Idee, hey, da könnte es jemanden geben, der das nicht so toll findet, und ich möchte erinnern an Training, wo das immer wieder, glaube ich, bei mir ein Thema war, dass einfach zu wenig Feedback von Spielerseite kam, also auch nicht, nicht vielleicht eben aufgrund der Art von mir auch nicht eingefordert oder auch nicht dargestellt, dass das erwünscht ist und erst relativ am Schluss eigentlich haben wir daraus ein Riesenthema gemacht und haben geradezu kleine Gruppen gebildet, die, ich glaube, zweimal die Woche nach dem Training gab es ein kleines Bersammenstehen, Sitzen, war meistens nicht so, weil ich glaube, es war gerade irgendwie kalt, und das war super gut, da haben wir Mörder viel weitergebracht, weil dort ist genau das passiert, was die Theorie sozusagen vorsagt, aber ich meine, es ist halt, die Theorie ist manchmal nicht so einfach, irgendwie umzusetzen, weil da stehen halt irgendwie Persönlichkeiten dazwischen oder das Ego war damals sicher ein Problem, um zu sagen, hey, ich weiß schon, wie gut das Training ausschaut, hat der Boy jetzt deine Meinung nicht dazu, klingt ein bisschen hart, aber ja, wie soll ich sagen, das ist ein Thema natürlich irgendwann und das war schon wichtig und das war super natürlich auch die Erfahrung, die da rauskam. Ja, wobei, ich finde, also, das ist ein gutes Beispiel, wobei mir jetzt eben beim Beispiel erzählen, ist mir jetzt irgendwie eingefallen, oder ich habe mir gedacht, das ist ja, das ist ja wieder so eine, eine, irgendwie so eine Prozessgestaltungsfrage, habe ich so das Gefühl, weil es ist halt, also, ich versuche es vielleicht hintenrum irgendwie rüberzubringen, dass ja, weil nämlich das, was du am Ende jetzt gesagt hast, mit, dass es nicht klar war, dass Feedback möglich ist im Prozess, also im, im normalen Tun. Ist halt eben die Frage, möchte, also, das ist wieder schwierig, schwierig zu konzipieren, aber das ist halt so, möchtest du irgendwann einmal dorthin kommen, dass das implizite Feedback geben, äh, quasi eben implizit ist, dass es normal im Arbeitsprozess ist, dass du jederzeit sagen kannst, hey, ich habe eine coole Idee und ich möchte das mal anbringen, oder behält man sich sowas eben für größere, Entwicklungsgeschichten auf, dass man sagt, ja, da ist eben der Zeitpunkt, wo dann jeder partizipieren kann und da ist ja nämlich auch der Punkt mit dem, wo du sagst, dass klar hat man dann selber mal die Ideen und denkt sich, hey, das ist für alle super toll und kommt dann erst später darauf, ja, aber ist vielleicht auch nicht für alle so toll, das ist ja für mich so ein Non-Issue, weil wenn ich quasi einen großen Prozess habe, dann partizipieren sozusagen alle auf der gleichen Ebene in diesem Problemlösungsschritt, das heißt, da mehrst du ja diese Probleme komplett aus, dass irgendjemandem passt deine Lösung nicht, weil alle Lösungen kommen dann in einen Topf sozusagen, das ist ja grob gesagt, und dann readest du das sozusagen aus und filterst raus, was quasi dann nicht passt, aber es sind halt für mich irgendwie so zwei unterschiedliche Dinge, wo ich glaube, das ist bei ganz, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied von Arbeitsfeld zu Arbeitsfeld, wo du das implizit anbringen kannst und wo du das halt in einem geleiteten Entwicklungsprozess machen musst, glaube ich. Ich meine, Gefahr, dass jetzt wieder meine Seite durchkommt, dass ich quasi gerne überall drüber stulpen möchte, aber ich glaube schon, dass es Platz im Prozess haben muss und damit meine ich jetzt den großen Prozess, der quasi über das Monat geht oder über das Jahr etc. wo du einfach sagst, schaut's her Leute, einmal im Monat, das könnte, also ich glaube, alle zwei Wochen, so machen wir es zum Beispiel gerade in der Firma, das ist, glaube ich, relativ oft, aber zumindest einmal im Monat oder so, gibt es ein Stündchen und das braucht nicht mehr sein, ein Stündchen, wo jeder einfach sagen kann, das ist gut gelaufen, das bin ich der Meinung, könnten wir besser machen. Und das ist egal, ob das irgendwas ist, was von oben heruntergekommen ist, also so eine Top-Down-Entscheidung, weil man kann jederzeit dann sagen, ja, das haben wir eingeführt, haben wir uns jetzt angeschaut, aber irgendwie, erstens könnte man es noch ein bisschen tweaken, das ist immer das Leichteste, du sagst, naja, aber fand ich gut, aber wenn wir da ein bisschen noch was tun, dann wäre es noch besser. Oder du sagst, nicht besser, damit kann ich überhaupt nicht. Und dann könnte es ja auch eine Einzelmeinung sein, das ist ja das Spannende. Na ja, ich meine, okay, wenn es eine Einzelmeinung ist, ja, muss man auch schauen, aber könnte sein. Und du schaffst auf einmal Platz für sowas. Und du schaffst nämlich auch Platz, das ist ja das, was aus den Agilen auch herauskommt, du schaffst Platz dafür, schnelle Veränderungen durchzuführen, weil sich auch die Führung traut, dann Sachen zu tun. Da wird einfach mal was entschieden, ich meine, im Idealfall hat sich schon wieder was gedacht dabei, und dann kriegst du eh Feedback drauf. Du weißt, wenn das irgendwie im Griff daneben war, dann werden die Leute sagen, du, das klappt nicht so gut, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und das untergräbt jetzt in keinster Weise, finde ich, die Autorität von diesen Entscheidungen, weil hat sich schon mal was dacht dabei, aber es hat sich herausgestellt, müssen wir noch ein bisschen was nachschärfen. Oder hat sich herausgestellt, beste Entscheidung ever, warum haben wir das nicht schon seit einem Jahr so gemacht, ne? Und darum glaube ich, zurückkommen, ich glaube, es muss Platz im Prozess haben. Weil der Rest ist, du wanderst ja hin und her, du kriegst neue Mitarbeiter. Mitarbeiter gehen, Mitarbeiter kommen, mag sein, dass das im alten Team so war, dass das implizit funktioniert hat und jeder hat sich genug getraut und auf einmal kommen drei neue Leute und die haben es gar nicht gewusst, dass das so ist oder die trauen sich nicht oder was auch immer. Und auf einmal bist du und ein Jahr später wunderst du dich, hey, was ist da los, warum haben wir so viele Fluktuationen, warum sind alle angefressen, was ist die Stimmung so daneben? Weil du es nicht im Prozess berücksichtigt hast. Ich glaube, es muss rein dort. Ja, nur, und da ist ja wieder da kommt ja der entscheidende Punkt, wie startest du den Prozess, der dann implizit werden soll? Mit Jocko jetzt, sofort, heute, ne? Ja, klar, aber also wenn es tatsächlich so einfach wäre, dann gäbe es ja das Arbeitsfeld von Organisationsentwicklung und Change Management nicht, wenn du sagen könntest, hey, ab morgen machen wir jede Woche eine Stunde, machen wir das, hier ist ein Sheet, was wir machen werden, auf geht's. Ja, 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 aber das finde ich dieser Punkt ist, jetzt finde ich es ein bisschen, da halte ich es mit Peterson, fang einmal an, dein Haus in Ordnung zu bringen und damit meine ich, du bist ein Teamleiter, du hast fünf Leute, du hast sieben Leute, was auch immer und ist egal, ob du dann ein Bereichsleiter bist, du hast auch fünf Leute, nämlich fünf Abteilungsleiter und dann kannst du im Kleinen das einführen. Du musst nicht alles mit einem Schlag für die ganze Universität ändern. Du hast ein kleines Team, ändere es für dich, mach was Neues. Jetzt will ich sogar noch eins weiter treiben und sagen, der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich das individuelle Arbeitsmanagement bei den einzelnen Menschen und eigentlich ist ja, ich meine, irgendwo haben wir ja auch damit begonnen, irgendwie zu sprechen vorhin, aber eigentlich ist ja das der entscheidende Punkt, wie arbeitest du mit den individuellen Menschen auf eigentlich und da wird ja der, dieser, eigentlich dieser tricky, aber gleichzeitig der aller spannendste Punkt, ist, egal welche Hierarchie-Ebene, du kannst quasi mit allen Ebenen auf der gleichen Individualstufe zuerst beginnen, solche Prozesse einzuführen, weil ich meine, das ist ja das, was wir zum Beispiel eben beim Sport, beim Training ja ganz oft gemacht haben oder nicht ganz oft, sondern immer, nämlich auf individueller Ebene zu reflektieren nach dem Training, nach der Einheit, weil man bereitet sich ja natürlich sowieso, also kann man jetzt natürlich sehr, sehr offen dann sehen, ob das alle Menschen schon so machen, dass sie sich auf jeden Arbeitstag so vorbereiten, aber zumindest kann man sagen, auf alle, egal wie groß oder klein die Projekte sind, wenn man von mir aus eine Deep Work Session einplant, dann bereitet man sich auf die zumindest vor, also man kommt nicht einfach hin und sagt, ja jetzt geht's los und dann arbeite ich in irgendwas, sondern es ist immer so ein bisschen Vorlaufzeit, was ja quasi schon mal auch das abdeckt, wo dann am Ende auch die Reflexionsphase super rauskommt, weil du weißt, wie du reingehst und dann am Ende, wenn du das abgeschlossen hast unter Anführungsstrichen, kannst du drüber reflektieren, ob du das denn jetzt so abgeschlossen hast, wie du es geplant hattest oder wo halt die Punkte waren und das haben wir ja eben ganz oft gemacht und das ist ja wieder das Interessante, dass du das tatsächlich auf jeder Ebene anbringen kannst, auf deiner speziellen, auf deinem speziellen Arbeitsbereich kannst du das immer anbringen, wie gestaltest du deinen Arbeitstag, deinen Arbeitsprozess, dein Mindset und so, das ist ja eigentlich super spannend. Spannend, jetzt fällt mir gerade ein, noch ein Arktis-Team, wo ich war, dort ist schon, also dort war es zum Beispiel auch schwierig, weil da war es, aus welchen Gründen auch immer, diese Vertrauensthema, glaube ich, glaube ich, ein offener Punkt. Also es war bis zum Schluss nicht, ja, ich sage im Wesentlichen nicht schaffbar, gutes, gutes Feedback, wie wir es gerade genannt haben, herauszubekommen, gutes Ding. Es war, entweder kam kurz vor gar nichts oder es kam so, ja, na, und dann halt irgendwas und das macht es schwierig natürlich, weil du kommst das in Rahmenbedingungen natürlich nur unschwer raus. Ich meine, du kannst probieren, alles Mögliche aufzustellen, aber wenn außen um dich herum ganz, ganz schwierig ist, gibt es vielleicht Limits oder so. Gibt es eine Decke, auf die du dich stecken musst oder kannst. Und da weiß ich nicht, was wir da hätten tun können quasi auf der Ecke. Ja, vielleicht sollten wir da, bleiben wir da gleich drin, weil ich finde das nämlich eigentlich so einen interessanten Punkt, wo du sagst, das ist eben, es ist ja eine Decke, wo man sich strecken muss und es gibt vielleicht einen Rahmen und das sind ja interessante Begriffe, weil das heißt ja, dass irgendwo das Potenzial doch da gewesen wäre, da etwas doch weiterzumachen. Und da ist eben, keine Frage, da würde ich eben voll auch gedanklich dann irgendwie drin bleiben, weil die Frage ist, wie, wie, wie merkst du, wo die Grenzen sind und eben wie kannst du auf dieser individuellen Ebene diese Grenzen vielleicht so ein bisschen hinaus pushen. Und da kommt halt die zentrale Frage, die wir ja jetzt die letzten paar Minuten hatten, kann ich das dann von der individuellen Ebene immer weiterbringen auf eine andere Ebene oder eben wie du sagst, was ist, wenn es ein Unternehmen gibt, wo es halt ganz klare Grenzen gibt, wobei ich da selbst in Klammer dann dazusagen würde, die Rahmenbedingungen entstehen ja durch andere individuelle Menschen, die diese Prozesse vielleicht noch nicht reflektieren. Das heißt, da ist eben, aber ist die Frage, wo kommst du hin? Ja, 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 aber da wird es schwierig, also wenn du dann, weißt du, in die Organisation, in die Institution, da tue ich mir auch immer sehr schwer, sozusagen das anzuerkennen, aber da ist halt, das entwickelt ein Eigenleben und ja, natürlich hat irgendwer diese Regeln gemacht und so, keine Frage, aber das entwickelt ein Eigenleben, was man manchmal, ja, mich zwickt zusammen bei dem Gedanken, aber ich fürchte, es gibt, da wirst du scheitern irgendwann einmal. da wirst du eingeengt sein, sozusagen, in manchen Aspekten. Genau, aber dann stellt sich ja eher, sag ich mal, für uns die Frage, wenn wir mehr an diese Praxis denken, ist, wie hält man die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter am Leben in so einem Unternehmen, weil es ist halt dann auch schwer zu sagen, so, ja, weißt du was, dann such dir halt einen neuen Job oder such dir ein anderes Unternehmen. Das geht halt nicht. Das geht schwer, ja. Und da wird es aber, ja, und da wird es aber eben interessant, wie geht man mit der Ebene um, dass man sagt, ja, okay, wir haben jetzt die Grenzen ausgelotet und man sieht, dass die Grenze ist ausgelotet, du kannst dich nicht noch mehr erschrecken. Das ist aber die Frage, das ist die Frage, ob du, man glaubt oft an Grenzen und so hin und her. Also, ob die dann dort sind, ich meine, oft kriegt man natürlich schon starkes Feedback, aber manchmal bildet man sich halt vielleicht auch nur mehr ein, ne? Das wollte ich noch einwerfen. Ja. Ja, aber eben, da wird ja dann der Punkt mit, wann merkst du, dass diese Grenzen beim Unternehmen an sich schon so eingefahren sind und wie gehst du dann damit um mit der Grenze? Ja, vor allem wenn du neu bist zum Beispiel, kann das oft passieren, kommst du neu hin und hast den nicht mitbekommen oder bis ganz erstaunt darüber, ne? Aber das ist halt auch wieder so ein, und dann kam einer, der nicht wusste, dass es nicht geht, so ungefähr. Also, kann da auch passieren natürlich, ja? Also, dieser frische Wind, den manche mit reinbringen, kann natürlich dazu führen, dass auf einmal Sachen möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Ja, das stimmt, ja. Weiß ich, wenn dann eine neue kommt und alle hauen fest genug drauf, naja, dann irgendwann wird es ihn auch nicht mehr gefallen. probieren, die Grenzen zu verschieben zum Beispiel, die halt scheinbar die Institution für sich selber so gerne wünscht, ne? Das ist halt, das macht es schwierig, ne? Ja, ich finde, das ist so ein interessantes Thema, weil ich denke jetzt die ganze Zeit, dass, dass, quasi wenn wir drüber reden und drüber nachdenken und so Erfahrungen aus irgendwie gemeinsamen Trainerkarriere mitnehmen, sind wir jetzt dann in komplett unterschiedlichen Berufsfeldern unterwegs und trotzdem findet man so diese Parallelen, wo man sagt, ja, okay, die Issues gibt es halt hier und hier und kann man wahrscheinlich auch noch dann transferieren auf ganz andere Berufsfelder, wo man sagt, ja, eigentlich habe ich auch die Issues, die es dort auch gibt und es sind ganz viele interessante Punkte, die man irgendwie auf allen Ebenen mal so durchdenken kann und dann, also quasi abschließend zu dem Gedanken ist halt, dass es interessant ist, bei sich selber anzufangen und zu überlegen, wie funktionieren meine Arbeitsprozesse individuell, wie funktionieren die Arbeitsprozesse dann in meinem mittelgroßen Team, wie funktionieren dann Arbeitsprozesse im übergeordneten, weiß nicht, Institution, bei mir jetzt zum Beispiel und noch weiter, wie funktioniert es an sich in Hochschule, wie funktioniert es an sich im Bildungsbereich und dann ist halt wieder, also da muss man glaube ich aufpassen, dass man sich nicht verliert in, wie sagt man, in diesen Ebenenträumen und dann versucht sofort zu überlegen, ja, aber wie kann ich die Arbeitsprozesse einer gesamten Universität verändern, weil, falscher Punkt, also erstmal geht es darum, analysiere mal, wie ist dein Arbeitstag, wie kommst du mit deinen Projekten, mit deinen kleinen Projekten zurecht, wie kommst du mit deiner Zeit zurecht und so weiter und so fort. Ich finde, das ist wirklich der richtige Ansatz, weil ich meine, klar gibt es Leute, die sich über das Gesamte vielleicht Gedanken machen müssen, aber das ist quasi der Rektor und vielleicht noch ein paar andere und wenn du es aber schaffst, dass du mal für dich, wie du gerade aufgezählt hast, ja für dich die Arbeitsprozesse im Griff hast und du mal arbeiten kannst und dann vielleicht sogar das noch schaffst, das auf dein Team auszurollen, dann ist ja schon mal ein Riesenunterschied und ich bin da immer überzeugt davon, dass sowas auffallen wird irgendwann einmal, wenn einfach man sich denkt, ja also immer, wenn ich dorthin was schicke und um Erledigung bitte, dann passiert das, dann wird das erledigt und da muss man nicht hundertmal nachfragen und ich bitte, 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 es wäre schön, wenn das passiert, sondern es passiert einfach und es gibt ja ein schönes Buch auch wieder vom Lieblingsautor Newport, So Good They Can Ignore You und das ist genau der Punkt, du möchtest deine Arbeit, du möchtest positiv auffallen mit Arbeit, das ist die einzige Chance, nicht die einzige, aber eine große Chance auf Beförderung, Erfolg und sonstige Sachen, du nicht groß rumweinen, mach die Sachen und schau, dass sie für dich und deine Leute sozusagen gut sind, also gut schaffbar sind, gut arbeitbar sind, gut handelbar sind, dass die Leute nicht in die nächste Burnout hineinschlittern sozusagen, weil die Arbeitsprozesse so fürchterlich sind, weil das Gefühl ist, das können wir nie schaffen, weil das Gefühl ist, wie soll ich diese ganzen E-Mails beantworten, wie soll ich diese ganzen Tasks erledigen, weil eben der Arbeitsprozess, mir gefällt das Wort mittlerweile ganz gut, weil der Arbeitsprozess eben so aufgebaut ist, dass er schaffbar ist, dass er ein Gefühl gibt von, jetzt schließe ich ein bisschen den Kreis, wenn ihm was nicht passt, kann ich es ansprechen und kann ich springen und ansonsten kann ich so arbeiten, kann ich meine Leistung so abliefern, das ist eben der Punkt, ich möchte ja abliefern. Ich finde es, also ganz viele coole Punkte, wo man irgendwie dazusagen muss, also eben das finde ich das Schöne, wenn wir über sowas laut nachdenken, sozusagen, ist, dass wir ja aus dieser Trainerperspektive ja viel gemeinsamer Erfahrungen quasi gemacht haben und dann über die Jahre dann eben in ganz unterschiedlichen Bereichen uns aufgesplittet haben, sozusagen, und aber trotzdem, interessanterweise, ganz viele Themen haben, die dann entweder separat oder doch gleichzeitig dann auf uns zukommen, wie alles, was so Notification Management oder Zeitmanagement ganz individuell, jetzt gar nicht, gar nicht groß auf Arbeit gedacht, sondern denkt zurück an, weiß nicht, an alles, was jetzt irgendwie vor Jocko dann gekommen ist, wo ja Tim Ferriss auch ganz viel solche kleine Productivity-Hacks dann irgendwann mal gebracht hat, wo dann vielleicht erst später diese Formulierung wie eben Discipline equals Freedom mehr Sinn gemacht hat, weil, weiß nicht, da hat der Tim Ferriss ja auch irgendwie tolle Interviews gehabt mit, ich glaube das war dieser McChrystal, irgendein super General, der auch ein cooles Buch geschrieben hat, der dann auch gesagt hat, das Allerwichtigste ist, egal wo er war, auf irgendwie Einsätzen, das Erste und Wichtigste, was er gemacht hat pro Tag war, er hat sein Bett gemacht, jedes Mal, das Erste, was er gemacht hat, einfach sein Bett gemacht und das ist, und das gibt dir halt so einen Start in den Tag, wo du weißt, bam, erstes Check ist schon fertig und es ist gerade mal irgendwie 6.35 Uhr und ich bin schon quasi gut in den Tag gestartet. Da möchte ich zitieren, was ich auf meiner Mappe da stehen habe vor mir, die meisten Menschen verlieren in den ersten 10 Minuten des Tages die Kontrolle über ihr Leben. Ja. Und das ist genau das quasi, wenn du aufstehst und du denkst, oh mein Gott, wie schaut es in meiner Küche aus? Naja, ist mir auch klar, dass du dann den Tag quasi schon halbart beim Fenster rausschmeißt und du sagst so wie er, er steht auf und sein Bett schaut aus wie militärischer Stil halt. Ja klar, das ist ein guter Start in den Tag. Ja, und das aber dann eben alles dann weiter zu führen in eben, wie gehe ich mit den Notifications um am Telefon, wie gehe ich mit meinen E-Mails um, wie gehe ich mit sowas wie Deep Work um, das sind alles irgendwie so spannende Punkte, wo ich dann wieder genau darauf zurückkomme, dass das in fast allen Arbeitsfeldern relevant ist auf einer gewissen Ebene. Klar haben jetzt alle Mails. Weil, also zuerst wollte ich schon irgendwie Führung sagen, aber das ist zu schwach wegen der Zeitfaktor. Ich meine, so ganz, so primitiv wie das ist, aber der Tag hat bekanntlich 24 Stunden und alles, was du gerade aufgezählt hast, hängt damit zu tun, wie du diese Zeit, egal ob effizient oder nicht, aber wie du diese Zeit einsetzt. Wie du abgelenkt bist, wie du ins Tun kommst, wie das Gefühl dabei ist und das entscheidet einfach Zeit und auch gestern habe ich mit einem ehemaligen Projektleiter von mir telefoniert und er hat auch gesagt, wie die Leute drauf sind und wie sie in Stimmung sind, entscheidet unendlich viel über die Leistung, die sie abliefern und wie viel Zeit. Aber wie ist Stimmung gemeint? Stimmung ist gemeint, dass du einfach eine Freude hast mit dem, was du da gerade tust, dass du persönlich in der Stimmung bist, nicht komplett zu Tode gestresst, nicht komplett überarbeitet, nicht, was mache ich da eigentlich, das ist komplett sinnlos, also dass du einfach ein super Mindset hast, mit dem du da reinkommst. Mindset ist immer so ein schwieriges Wort, weil wo kommt das her und was ist das quasi mehr als Einbildung oder fühlst du das wirklich? Das ist schon ein schwieriges Wort, über das müsste man viel sprechen. Aber ich glaube, fast niemand wird es abstreiten, dass wenn du super drauf bist, warum auch immer, dass du in drei Stunden fast die Welt an Haxen ausreißen kannst und dass wenn du irgendwie Kopfweh hast, schlecht drauf bist, ich weiß nicht was ist, dass du zehn Stunden sitzen kannst und nicht mal die Hälfte von dem schaffst, was du in den tollen drei Stunden vielleicht geschafft hast. Und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wie kann man ein Arbeitsumfeld schaffen, dass man in diesen Zustand halt auch kommt und so das Gefühl hat, dass man so arbeitet. Das ist ja komplette, fände man das richtige Wort, Menschenverschwendung, wenn du Leute zwingst, zehn, zwölf Stunden irgendwie zu rattern, was sie wahrscheinlich locker auch in, ich sage jetzt irgendwas, vier, fünf Stunden zusammenbekommen würden und den Rest für schöne Sachen wie Familie, Natur, was auch immer deine persönlichen Vorlieben sind, benutzen, verwenden könnten. Ja, damit kann man viele Themen aufmachen, woran das liegt oder woran das hapern kann, dass man Leute zwingt, zehn Stunden Tage zu machen. Ich weiß nicht, ob man das sofort aufmachen kann oder möchte oder will oder so. Aber es ist für mich nach wie vor eben dieser echt spannende Punkt, eben wie was du jetzt auch gesagt hast, dass man, weil man ja doch, also wie soll ich das am besten sagen, es ist trotzdem eine Synergie notwendig zwischen deinem individuellen, deinem Selbstmanagement, um auch einen netten Begriff zu sagen, also Selbstmanagement und dem Arbeitsprozessmanagement deines Unternehmens oder deines Teams oder so. Also es geht, das eine geht nicht ohne das andere und das macht es glaube ich aber für ganz viele sehr, vielleicht auch irgendwie hoffnungslos, weil sie sich dann denken, ja, hier, ich kann toll um sieben Uhr im Büro dann sitzen und bin ready to go, aber ja, stellt sich raus, ich kann nicht sinnvoll arbeiten, weil eben ich muss auf andere Dinge dann Rücksicht nehmen, die halt von meinem Team ausgehen oder von meinem Arbeitsumfeld ausgehen. und ich glaube, da muss man halt irgendwie, ja, wobei da wäre halt eben für mich die spannende Frage, wo würde man dann eher ansetzen? Würdest du immer auf der individuellen Ebene ansetzen, weil du sagst, hey, du musst zuerst dich selber quasi in Schuss bekommen, bevor du dich um die nächste Ebene kümmerst oder würdest du sagen, ja, man muss auch auf dieser Organisationsebene oder Arbeitsebene beginnen und dann, also es ist wieder diese Bottom-Up, Top-Down-Frage, aber für mich ist da halt irgendwie, da ist halt so eine Synergie dabei, dass du das eine nicht ohne das andere verbessern kannst, sage ich jetzt mal grob. Ja, also ich würde es behaupten, dass du schon eher auf der persönlichen Ebene anfangen musst, weil ist ja schön, dass das Team am liebsten um 10 am Abend arbeitet, aber wenn du ein Morgenmensch bist, dann wird es halt schwierig für dich werden, wenn du um 10 am Abend halt kurz vorm Einschlafen bist und dort acht andere halt irgendwie erst zur richtigen Fahrt kommen, dann wirst du ein bisschen schwer tun, da zu performen. Wie man das dann zusammenbringt, gute Frage, hängt natürlich viel davon ab, was dann die Tätigkeit ist und wie die Konnektivität zwischen den einzelnen Dingen ist, wobei auch da glaube ich, da gebe ich wiederum dem Kerl jetzt recht, wenn er sagt, es ist ein Wahnsinn, auf der Industrieebene ist das zu Tode, also zu Tode ist jetzt negativ, also es ist super optimiert worden über geradezu, Ernst Sengst Ford hat angefangen 1909, glaube ich, so zu den ersten Ideen und dann so 1914, 1915 war er dann auf Stand quasi und hat dort dann die klassische Serienfertigung erfunden und hat dann auf einmal Autos produzieren können zu einem Preis und auch zu einer, also das kam gemeinsam, also die Produktionszeit hat er, ich weiß nicht, ich glaube auf 90 Minuten damals schon reduziert, also sehr kurz gemacht im Vergleich zu natürlich ewig vielen Stunden oder vielleicht Tagen sogar und wurde trotzdem ewig weiter optimiert und da gibt es Stimmen, die sagen, der Grund, also nicht der Grund, sondern die Auswirkung dieser Optimierungen, die da stattgefunden haben, ist der Grund für die, für den Wohlstand der westlichen Gesellschaft. So weit würden manche Menschen gehen, ja, das zu sagen und gleichzeitig sagen wir aber eben auf der Knowledge Worker Ebene, sagen wir gleichzeitig, das ist jetzt dein Bier, wie du das machst und wir arbeiten als Firma, ist eigentlich egal, Hauptsache du antwortest und schnell und dann kommt nichts raus und da ist, glaube ich, der wichtige Punkt, da ist zu wenig optimiert worden auf der Ecke, da haben zu wenig Leute über Arbeitsprozesse nachgedacht, ich meine vereinzelt gibt es das natürlich schon, keine Frage, aber so, dass das bei jedem irgendwie im Kopf verankert ist, hey, das ist total wichtig, wir müssen uns Gedanken machen, ist sehr selten, ich finde, dass zum Beispiel Softwareentwicklung durchaus weit eigentlich, da gibt es durchaus mehrere konkurrierende Konzepte, die sich schon späte 90er, aber eher früher 2000er, die Gedanken gemacht haben, wir müssen das ein bisschen anders gestalten, so wären wir wahnsinnig, wenn wir so arbeiten, so können wir nicht arbeiten und haben dann dort Prozesse erfunden, die teilweise, das ist ja auch wieder das Witzige, man sagt Agile, das ist so jeder, wie er will, Agile ist so streng in diesen Arbeitsabläufen, was wir vorher genannt haben, Arbeitsprozessen, das ist so streng getaktet, also da gibt es überhaupt kein, ich hätte gerne und ich wünsche mir was, da gibt es tägliche Besprechungen, da gibt es wöchentliche Besprechungen, die sind so fix eingetaktet und da kannst du, und wie es zu Tickets kommt, wie es zu Themen kommt und ich glaube, das ist auch das, was viele gut finden auf der Ecke und mögen, weil es außenrum diese Freiräume schafft, da hätten wir wieder Discipline equals Freedom, das ist so strikt und alles andere kann ich mehr machen, was ich will und kann so arbeiten, wie ich es will. Ich glaube aber, jetzt wie du es gesagt hast, das ist super streng geregelt, ich glaube, es ist die Mehrheit der Menschen, die nicht jetzt aus dieser Softwareentwicklung kommen oder nicht dieses Agile kennen per se, die haben ein komplett anderes Bild davon und Glauben Agile heißt, ja, also nicht dieser disziplinierte Punkt mit du hast eben, also genau das, was ich nämlich vorhin gedacht habe, einerseits ist sicher in vielen Fällen diese, also diese Misconception oder diese falsche Annahme von dem, was Agile bedeutet, obwohl es ja genauen Regeln folgt, wie du schon gesagt hast, gleichzeitig arbeiten ganz viele Berufsfelder, ja, aber schon auf eine gewisse Art und Weise anhand dieser Prinzipien, aber setzen das nicht sinnvoll um, glaube ich, weil das, wenn du sagst, du machst jede Woche oder alle zwei Wochen bestimmte Meetings, ich glaube, es gibt ganz viele, die das schon so machen, nur das sind halt dann Meetings, wo du zwei Stunden einfach nur sprichst, wo nichts weitergeht, der halt nicht eben prozesshaft aufgebaut ist oder methodisch aufgebaut ist, sondern du machst halt einfach einen Schuhfix, weil du einen Schuhfix machen musst. Weil du im Kalender halt irgendwann, also nur weil du im Kalender eingetragen hast, periodischer Termin, jede Woche und immer, deswegen hast du ja noch nicht strenge Prozesse, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Richtig, und das ist aber dieser, dieser, wieder dieser Schlüsselpunkt ist, wie dringst du in diese tiefere Verständnis slash Reflexionsebene ein, dass du halt draufkommst, es ist nicht genug, jede Woche ein Meeting zu machen oder jedes Monat, eben weil es im Kalender steht, geht, sondern was soll bei dem Meeting gemacht werden oder was soll von Meeting 1 zu Meeting 2 passieren und wie bringe ich das in meinen Arbeitsprozess des Teams ein. Das sind ja eigentlich die Fragen, wo es, glaube ich, einfach noch fehlt und ja, ob das dann eben nur mit dem Begriff Agile machbar ist oder nicht, aber ich glaube, es gibt ganz oft diese, diese falschen Annahmen von, Agile wäre toll, wenn wir das auch machen, dabei rein auf einer theoretischen, methodischen Ebene machen das die Leute, aber halt nicht richtig. Das ist natürlich eine mega schlechte Definition von nicht richtig machen, aber du weißt, was ich meine mit, es ist, weil das kennen wir alle, wie du es gesagt hast, das beste Beispiel mit, ja, wir haben halt im Kalender diesen Shufix für jedes Monat drinnen, und ja, den machen wir halt. Es ist ja, weiß nicht, ob das bei euch irgendwie auch ein Stichwort ist, aber in ganz vielen Bereichen der Privatwirtschaft, wo ich das Wort fürchterlich finde, ist Agile gerade so ein riesen Modewort, ein riesen Buzzword, alles wird Agile gemacht und hin und her und ich habe gerade letztens mit einem Ex-Arbeitskollegen lange darüber gesprochen, der ist mehr so in Bereichen, wo klassische Linienarbeit passiert, also schon IT, aber die tun halt Sachen am Laufen halten, also da gibt es Systeme, also Banken reden wir im Endeffekt, also da gibt es viele Systeme, also keine Ahnung, da gibt es irgendwo ein Riesensystem, das schaut dafür, dass du dich in dein E-Banking einloggen kannst und dort irgendwem 10 Euro überweisen kannst und dass das funktioniert und dass das so nicht für dich immer funktioniert, da sitzen nicht Hundertschaften, aber dann noch ein Haufen Leute dahinter, die das regelmäßig anschauen, die regelmäßig irgendwelche Sachen machen, Backups, keine Ahnung, aber das ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich eine Routine, Linientätigkeit gewürzt mit Projekten zwischendurch drinnen und die spannende Frage ist, ob agil diese ganze Korsett, was du da drüber stulbst, wirklich Mehrwert bringt in Organisationen, die Linientätigkeiten machen, die für sich betrachtet wiederholende Tätigkeiten darstellen. Da haben wir wirklich lang drüber gesprochen und das diskutiert. Wir kamen zu dem Punkt, es bringt extrem viel, Arbeit sichtbar zu machen, weil das tut dieses System. Du hast ja immer deinen Backlog, da sind wir sehr englisch unterwegs, also du hast immer diesen Speicher an Ideen und an Tätigkeiten, die dann in, egal wie du das nennst, in Tickets oder in Tasks oder in was auch immer, eingegossen sind, die üblicherweise auch bewertet sind, also die reine Lehre sagt, das muss irgendwie was Relatives sein und das irgendwas Abstraktes wie Punkte oder Bananen oder weiß man nicht. Und der Vorteil ist dann dran, dass du einfach mal sagen kannst, okay, schau, wir haben jetzt 100 Einheiten, was auch immer, Punkte, diese als Team irgendwie zur Verfügung. Die hat sich herausgestellt, die schaffen wir. Und wenn du jetzt mit einem neuen Arbeitspaket um die Ecke kommst, dann kann man sagen, schau, wenn wir jede Woche, ich bleibe jetzt bei irgendwas, wenn wir jede Woche dieses hoffentlich automatisierte, aber dieses Datenbackup machen zum Beispiel, dann kostet uns das fünf Punkte. Jetzt kommst du mit diesem neuen Arbeitspaket um die Ecke, wir sitzen gerade so beisammen und haben das Gefühl, das braucht auch fünf Punkte. Und dann kann man jetzt endlich mal super argumentieren und kann sagen, schau her, wenn wir da auf einmal fünf Punkte mehr unterbringen sollen bei uns, dann müssen wir irgendwie, dann müssen wir irgendwas ein bisschen umschichten. Oder du kommst mit etwas viel Größerem um die Ecke und sagst, das brauchen wir jetzt ganz dringend. Und dann kannst du es endlich mal sagen, du Leute, nicht bösen. Wir waren bisher nicht untergesetzt, also nicht unterfordert mit Arbeit und jetzt kommst du mit mehr. Das ist kein Problem, können wir gerne machen. Sagen wir, was ich nicht machen soll. Und das ist ein Prozess, der bisher immer sehr schwierig war, weil wie argumentiert, wie hast du das argumentieren können? Ja, du hast einfach sagen können, wir sind bis unter die Decke voll mit Arbeit. Das kannst du immer sagen. Aber du kannst dich beweisen. Und jetzt kannst du sagen, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und das siehst du sofort. Ist sofort da quasi. Immer sichtbar, immer visualisiert. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt irgendwie. Ich habe auch gerade dann gedacht, also wie, wie, wie soll ich sagen? Weil jetzt wurde gesagt, dass das, also sehr lineare Arbeitsprozesse, sage ich mal, oder linear ist jetzt natürlich nicht der richtige Begriff, aber halt wiederholende oder halt gleichbleibende Übertasks, sage ich jetzt mal, sehr, sehr grob, ist, das ist ein spannender Punkt, aber ich fand es, also jetzt habe ich wieder so ein bisschen an so Projektarbeit jetzt eben an der Uni zum Beispiel gedacht, was auf der gleichen Ebene fast zu dynamisch ist, um das so steuern zu können oder einrahmen zu können. Ja, könntest du dir vorstellen, dass hier das irgendwie so ein... In der Theorie. Ja. Also, deswegen sage ich ja, dass das quasi genauso, wie du das eine dann mit Punkten oder mit irgendwas runterbrechen kannst, kannst du, bin mir leider sicher, auch das dynamischere, bessere Rahmen, ohne dass du halt in diesen gleichen Trott fällst, der halt scheinagil ist, wenn wir schon... Ja, aber kannst du also das Gefühl, dass du eure Tätigkeiten in sogenannte Sprints, was einfach nur heißt, Zeiteinheiten, wie zum Beispiel eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, was auch immer, einteilen, was man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zusammenfassen kann, wo man nachher einen gewissen Abschluss findet, und sagen kann, so, jetzt haben wir irgendwas fertig gemacht. Ich meine, früher hätten wir Meilensteine dazu gesagt, ja, so ähnlich, aber wo man sozusagen, also die Idee ist ja, du verpflichtest dich in der Planung, also abgesehen davon, du hast viel Planung quasi, aber du verpflichtest dich, okay, diese, was auch immer, fünf, sehgal, ob du es so ein Arbeitspaket nennst oder was auch immer, diese fünf Dinge, die schaffen wir bis, was auch immer dann ist, ja, Ostern oder so, und dadurch schaffst du also diese Idee, dass du im Team Commitment damit schaffst, weil du, weil du, weil sich das Team selber die Punkte geholt hat, das ist ja das Spannende, du hast ja diesen Backlog, der ist ewig lang, also je nachdem halt, aber der ist lang quasi, und dann nimmt sich das Team so viele Punkte raus, wie es der Meinung ist, dass es schafft, anhand zum Beispiel auch an vergleichbaren Tagen, also du weißt eben, dein Flow oder deine Velocity oder was auch immer, ist 20 Punkte und dann nimmst du dir quasi 20 Punkte aus dem Backlog raus, das können dann drei Tickets sein oder fünf oder zehn, ist egal, wo du der Meinung bist, das wird sich halbwegs ausgehen und kommittest dich dann drauf, dass das passiert so quasi. Ich meine, ich meine, glaubst du, gibt es das oder ist das, ist das zu weit weg oder zu abstrakt oder? Nee, also das, natürlich gibt es das, weil jetzt speziell in, also wenn ich jetzt speziell ein Projekt zum Beispiel hernehme, dann hast du ja genauso Meilensteine, du hast deinen Balkenplan, du weißt ja, wo du irgendwann mal im Antrag drin hattest, bis wann was fertig sein muss, sozusagen, aber es ist in, also auf der Stufe dazwischen ist es ein bisschen dynamischer von den inhaltlichen Sachen her, habe ich so das Gefühl. Also es ist, ich weiß, also muss ich nochmal länger darüber nachdenken, wie man das am besten sortieren kann auf der Ebene, weil klar gibt es eben, wie gesagt, die Meilensteine oder Balkenplan gibt, das ist klar, nur die sind halt teilweise so, soll ich sagen, groß, unter Anführungsstrichen, dass das Dynamische halt drunter passiert, weil es ja in vielen Fällen halt eine inhaltliche Sache ist, dass du zum Beispiel, in dem, der Meilenstein bedeutet, dass solche und solche, ich sage jetzt mal, Lehrmaterialien quasi entwickelt worden sind, dann ist das ja, klar kannst du aufschreiben, hier bis zu dem Zeitpunkt haben wir das quasi abgehackt und es sind drei veröffentlicht, aber das ist halt so ein, so ein großer Rahmen, der halt noch nicht richtig spannend ist, weil das Spannende halt drunter passiert mit, wie komme ich zu den dreien, also das ist einfach, da sind die Stufen ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, also dynamisch wird es eben drunter. Ja, also man probiert natürlich da eine gewisse Art von Subgruppen zu machen, also oft wird das, also es hat alles so diesen englischen Jargon halt natürlich, also man nennt das dann oft Epics zum Beispiel, eine Epic ist dann eine Zusammenfassung an Stories, was dann für sich wieder ein bisschen Sinn macht, also du hast eine Story, ist schon relativ klein, da ist schon ein rundes Paket sozusagen geschnürt, was man wahrscheinlich in den mehreren Tagen oder so schaffen kann, gibt es auch mal größere vielleicht, aber also im Wesentlichen in einem bis mehreren Tagen, da stecken dann von mir als Tickets drinnen oder Aufgaben oder wie auch immer und mehrere dieser Stories ergeben zusammen sozusagen ein Epic, vielleicht nennt man das dann Arbeitspaket oder so auf der Art und Weise und wäre dann üblicherweise zum Beispiel eben in zwei Wochen schaffbar oder ist halt so groß, dass du es halt auf mehrere Sprints aufteilst. Und sagst, okay, da braucht man halt zwei Sprints dafür und dann hast du es fertig und das wäre dann zum Beispiel, würde ich jetzt so in deinem Beispiel nennen, eine Lernunterlage oder ein Lehrmaterial oder so, was du hast. Und dann würde sich das, glaube ich, schon sehr gut eignen und dann ist halt auch die Frage eben, dann stellt sich eben die Frage, ja gut, also damit wir eines so fertig bekommen, schaffen wir das jetzt diese Woche oder in zwei Wochen oder was auch immer und dann hast du diese, auch diese Vorschau aus dem heraus, weil du kannst dann sagen, ja wir haben so und so, bewegen wir uns vorwärts und dann kann man feststellen, gut, dann sind wir im Mai dort und dort und baut sozusagen von hinten rum dann seinen Meilensteinplan auf. Direkt wenn wir in dem Tempo arbeiten, dann können wir dir im Mai mehr oder weniger garantieren, dass wir das haben werden. Ich fand letztens, ja, da muss ich auch nochmal darüber nachdenken, wie man das noch besser oder spezifischer eben formulieren kann oder halt umsetzen kann auf so ein dynamischeres Projekt oder was halt aus so vielen unterschiedlichen Einzelteilen besteht sozusagen, aber was ich ja letztens schon, was ich dir auch so zwischendurch gesagt habe, was ich interessant fand oder halt einfach cool fand, weil man da, glaube ich, öfter Erinnerungen braucht, dass man sowas auch wirklich macht oder dass man das bewusst sich bewusst macht, ist eben auch der Raquel Newport einfach nur so nebenbei in dem Interview gesagt hat mit Lex Friedman, ja, für ihn sind halt diese dreistufigen Pläne sozusagen immer das Ding, mit dem er beginnt, weil ohne dem kommst du gar nicht in all diese reflektierten Prozesse hinein, die wir jetzt davor schon gesagt haben, nämlich eben, du hast einen Quartalsplan, einen Monatsplan und einen Wochenplan und dann musst du die halt mal beginnen durchzuarbeiten und da wird es halt aber, finde ich, wieder sehr interessant, weil ganz oben gesehen, hättest du jetzt wieder in meinem Beispiel in so einem Projekt, hättest du halt schon die Meilensteine und die musst du aber dann schaffen, runterzubrechen auf, was davon kann ich in dem Monat machen und was davon mache ich dann in der Woche zum Beispiel und das wird halt irgendwie, glaube ich, schnell schwierig, weil man das einfach überhaupt nicht so im Kopf hat, weil wieder, also das ist, aber das ist der Paradigmen-Shift oder Wechsel, wenn ich da kurz einhaken darf, also das ist genau der Punkt, wegzukommen von diesen Fantasieplänen, nenne ich es jetzt noch mal, die oben drüber, also du hast es Balkenplan genannt oder so, ja, wo irgendwer ins Excel oder wo auch immer irgendwelche Fantasiestriche, Balken, was auch immer gemacht hat, die dann in einem Jahr soweit sind oder relevant sind oder was auch immer, keiner weiß, was in einem Jahr ist, da könnte Corona dazwischen kommen oder, weißt du, also alles Mögliche könnte passieren, weg zu, und da ist es eben wirklich agil auf der Ecke zu sagen, wir haben, wie lange auch immer dein Sprint ist, wir haben jeden Sprint die Möglichkeit zu sagen, dieses Ding ist jetzt wichtig und wir ziehen jetzt diese Unterlage vor, weil die hat jetzt Mehrwert, also du gehst immer nach dem Mehrwert, also immer nach dem Wert, was bringt dir viel Wert und ich habe auch schon öfters gehört, dass diese Anträge und Förderungsmöglichkeiten da total reinspucken, weil die ganz weit weg sind davon, von dieser Denkweise, weil die halt irgendwie einen Meilenstein garantiert haben und dann gibt es eine Auszahlung und dafür muss 1, 2, 3 erledigt sein, wobei ich glaube noch immer, dass das harmonisierbar ist, weil du trotzdem ja planen kannst, aber du drehst das um und du sagst einfach, du bewertest mal diese Arbeitspakete, was das ist, das hast du ja hoffentlich so eh auch schon und kannst sogar umso länger du gearbeitet hast, theoretisch umso besser schätzen, weil du sagst, schau, jetzt haben wir da eine Unterlage gemacht, für die haben wir irgendwie 5 Tage gebraucht oder wie gesagt, man soll das nicht in Tagen machen, aber wir haben 17 Punkte dafür gebraucht und da sehe ich, haben wir so etwas ähnliches, na gut, dann schätzen wir mal, haben wir irgendwie gedacht, das werden wir doppelt so lange brauchen, mit der Erfahrung, dass wir dafür nicht so lange gebraucht haben, habe ich das Gefühl, das wird kürzer sein und dann kannst du das wieder anpassen und kannst das dann wieder umlegen, also sozusagen den Backlog, das was du nach hinten hin noch an Arbeit hast, kannst du dann in die Zukunft projizieren und kannst sagen, wenn das so ist, ja dann wunderbar, dann weiß ich genau, was ich am Anfang Juni haben werde und da das Umdrehen, ich glaube, das ist sozusagen einer der wesentlichen Kniffe dahinter, ich meine, deswegen wird die Arbeit auch nicht von alleine erledigt, aber es ermöglicht ganz vielen Leuten im Team, außer vielleicht ein, zwei, die das halt so im Kopf haben müssen, wie das läuft, immer nur auf das Vorliegende zu konzentrieren und auch das wieder, was wir mal gesagt haben, du musst nicht irgendwie 5 Sachen gleichzeitig, oh my god, alles muss fertig werden, nein, du schaust in deinen Sprint hinein, nimmst dir das erste Ticket, was ganz oben ist, weil irgendwer hat ja auch in dem Sprint schon die Prioritäten vorgegeben, du nimmst dir das erste und gehst arbeiten und dann bist du fertig, dann legst du es zurück, setzt es auf dann oder fertig oder was auch immer und dann nimmst du dir das nächste Oberste und gehst wieder arbeiten und keinen interessiert es, ob du zwei Stunden deep workst oder ob du halt zwei Tage in die Wald hütig, ich meine, es hängt natürlich davon ab, wie deine Tätigkeit ist, ist schon klar, aber das ist die Idee, dass du, du kannst dich immer konzentrieren auf das, was vor dir liegt, auf die direkte Sache, vielleicht bist du ein bisschen beschäftigt, was so in ein paar Wochen passiert, weil ja, das hängt da alles zusammen, aber nicht, du siehst nicht ständig den kompletten Projektplan, wo du jedes Mal schwindelig wirst, was du dort nicht alles tun musst. Ja, wobei ich glaube, da ist für viele die Schwierigkeit, diese Kategorisierung, diese Arbeits-, diese Einzelpunkte in dem Ganzen und ich glaube, da fehlt es einen dafür, also zumindest laut der reinen Lehre, da geht es viel um reine Lehre, ja, aber in der reinen Lehre gibt es sogenannten Product Owner, der ist zu, der ist verantwortlich dafür, so ähnlich wie vielleicht wie ein Projektmanager das war, der ist verantwortlich für das Produkt und darum bestimmt er die Priorität und Reihenfolge der abgearbeiteten Dinger und kann sich jederzeit ändern, wenn es ihm gefreut. Ja, und da wird es aber wieder spannend mit quasi ganz am Anfang Partizipations- und so Leadership-Frage, weil dann ist halt, also, dann wird halt natürlich als Gegenargument kommen, ja, aber dann nimmst du ja den individuellen Menschen, die das Mitspracherecht in den Punkten, die sie halt abarbeiten wollen und das wird ja dann wieder so ein bisschen auch eine, vielleicht eine philosophische Frage mit eben, soll es nur darum gehen, was dich interessiert sozusagen oder kann man das aufbröseln auf, naja, aber du musst schon die Punkte auch abarbeiten, die notwendig sind für den Gesamterfolg oder, weißt du, was ich meine? Also das ist einfach diese, sind halt so diese Grundfragen, finde ich. Ja, aber wie, da bin ich mir schwer, in einem normalen anderen Projekt geschehen kannst du auch nicht, also du könntest auch nicht sagen, das will ich jetzt nicht machen, oder? Also du kannst das Mitarbeiterstelten hergehen und sagen, naja, das finde ich jetzt blöd, das mag ich gar nicht machen und das heißt ja niemand, dass du das jetzt persönlich machen magst, du hast ja normalerweise ein paar Aufgaben und ich habe jetzt gesagt, ja klar, du nimmst die erste und die oberste, aber du könntest genauso gut, keine Ahnung, also wir sind so in Teams organisiert zum Beispiel und da weiß ich ganz genau, der eine mag lieber das machen und dann lasse ich sie ihm und er weiß vielleicht auch, dass ich lieber das mache und selten kommen wir uns da in die Haare und dann hat man schon natürlich diese Auswahlmöglichkeit, was kannst du jetzt tun und das finde ich schon auch wichtig eigentlich, ja stimmt, das ist so gesehen auch wieder recht, aber trotzdem ist klar, wenn wir dieses und jenes Feature angehen, dann interessiert das natürlich niemanden, ob ich jetzt der Meinung bin, was weiß ich, dass wir irgendein neues Modal dazufügen, ob ich jetzt, ich mag jetzt keine Modals bauen, weil die finde ich blöd, das fragt mich keiner und das würde auch jeder blöd finden, wenn ich das sagen würde. Ja und da, also da sind halt für mich so die meisten Fragen drin sozusagen, weil ja, ich glaube da, ich meine, der Kay Newport ist ja auch so ein Computer Scientist Background Mensch und das ist halt, sicher ist er an der Uni oder ist halt irgendwie Akademiker, aber das ist halt schon ein eben, dadurch, dass es halt sehr, sind jetzt natürlich alles super schlechte Begriffe dafür, aber es ist halt viel strukturierter und linearer ganz Prozess, also viel mehr Prozess basiert, weil du dann eben Produkte hast oder du hast halt, die Softwareentwicklung funktioniert halt nach bestimmten Regeln, die du jetzt nicht damit gleichsetzen kannst, wie irgendjemand seinen Seminarplan zum Beispiel, also eine Lehrplanung ist einfach ein bisschen was anderes, auch wenn es natürlich, wenn man mal im Detail drüber nachdenkt, kommt man darauf, ja vermutlich, eigentlich ist es nicht so anders, weil bei einem hast du quasi ein fertiges Produkt, das dann, weiß nicht, in dein Dashboard kommt auf deiner Software und beim anderen hast du ein fertiges Lehrkonzept oder Lehrprodukt, dass du auch, also ein Lehrkonzept, das du auch als Produkt bezeichnen kannst, was dann in dein, in dein Modulkatalog kommt, also jetzt quasi effektiv parallel zu denken, weil es ist eigentlich das Gleiche, aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, dass wenn, wenn man über solche Dinge dann, dann spricht oder nachdenkt in diesem Bildungs- und Akademie, akademischen Kontext, dass das zu abstrakt dann argumentiert wird, von quasi der Bildungsseite, dass es halt einfach nicht so runterzubrechen ist, dass ja und dann gibt es einen Projektmanager oder eine Professorin oder einen Professor, der dir das dann entscheidet, weil dann wird halt immer das Argument kommen, naja, aber die Professorin und der Professor hat halt eigene Dinge zu tun und dann ist es nur eine nominale Leadership-Position, einfach nur im Konstrukt des Projektes, weil du halt dort mit dabei warst, aber du kannst effektiv nicht die Rolle so übernehmen, weil eben das Argument ist, du hast deine eigene Liste abzuarbeiten und da bekommst du dann eben diese, was ich vorhin gesagt habe, du bekommst halt das eigene Empowerment, dass du dir diese Liste selber machen kannst und da ist natürlich die Frage, ist das immer so schlau, dass man sich die Liste selber macht, weil wenn du das dann weiter runterbrichst, ist halt echt die Frage, wenn du dich nur selber empowerst bei deinen Arbeitsprozessen und bei deiner Gestaltung, dann kommt es nur drauf an, wie hardcore diszipliniert du in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit bist, dass das wirklich erfolgreich wird. Und wenn du nur ein bisschen struggelst, dann verlierst du eigentlich schon das Ganze, weil dann ist die Integrität sozusagen deines gesamten Arbeitsprozesses schon am Wackeln oder vielleicht sogar schon zusammengebrochen, wenn du nur auf dir selber quasi aufbaust. Aber da möchte ich genau wieder einhaken, Kapitel, gerade heute am Vormittag gelesen, das ist genau der Punkt mit, du musst deine Arbeit, das Produkt der Arbeit selber schaffen, also niemand kann, also ich kann dir nichts, also angenommen, ich wäre irgendwie ein Vorgesetzter in diesem Projekt von dir, nie im Leben könnte ich dir sagen, wie dieses Produkt stattfindet oder was du da tun müsstest, aber ich könnte sozusagen Arbeitsregeln festlegen, die sagen, damit du nicht so alleine bist auf dieser Frage, wie kommst du eigentlich ins Gute arbeiten? Quasi, ich könnte den ganzen Tag 17 Meetings einstellen und dann würdest du mich so recht irgendwann fragen, bist du wahnsinnig, wie soll ich da arbeiten? Ich habe keine Zeit zum Arbeiten und ich müsste dann sagen, ja, aber es ist so wichtig und dann würden wir hoffentlich irgendwann über dieses Feedback, was wir am Anfang gesprochen haben, feststellen und draufkommen, lieber Vorgesetzte, ich brauche mehr Zeit zum Arbeiten, diese Meetings, die sind zwar schön, aber da müssen wir was tun, das geht so nicht und das ist der zweite Part, also das eine ist Arbeit erledigen und das zweite ist eben Arbeitsprozess und das ist genau wieder dieser selbe Punkt, du musst diesen Arbeitsprozess gestalten und zuerst muss man ihn gestalten und dann kann von mir aus das Team darüber reflektieren oder kann eigene Ideen einbringen und weiterentwickeln. Ich finde, da ist auch, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist der beste Aufhänger des Ganzen, nämlich gute Arbeit, also das im Bewusstsein zu haben, was ist gute Arbeit und wie definierst du das, weil da fällt ja dann super viel drunter, da fällt ja der Prozess drunter, da fällt das Team drunter, aber du musst halt von der Grundfrage ausgehen oder vielleicht anders gesagt, du musst von dem Grundziel ausgehen, dass ich möchte gute Arbeit machen und nicht Arbeit im philosophischen Sinne von gute Arbeit, sondern quasi gute, wieder blöd gesagt, handfeste Arbeit. Ja, aber das ist ja auch das, was dich vermutlich glücklich macht im weitesten Sinn, oder? Also wer möchte eine schlechte Arbeit abgeben? Also ich meine, ja, gibt es vielleicht, aber alle Leute, ich meine, ich gehe doch mal davon aus, wer auf einer Uni ist oder auch sonst in einem interessanten Job, also da sitzt doch keiner und denkt sich, ja, ist mir eigentlich komplett wurscht, was da jetzt rauskommt, Hauptsache ich habe es erledigt. Ja, aber, ja, bin ich ganz bei dir, kann ich unterstützen oder unterschreiben, aber da kommt, finde ich, dieser zweite Punkt, nämlich, unter guter Arbeit fällt dir auch der Arbeitsprozess und der muss dir ja bewusst sein, weil du kannst ja, also, wenn du gute Arbeit, ich würde es nehmen, aber warte, ja, so habe ich es ja gemeint, ja, also quasi, du hast gute Arbeit und da fällt dir drunter, du musst eine Arbeit machen, die dir Spaß macht, so grob gesagt, oder eine wichtige Arbeit machen, aber, und, beziehungsweise das, was ich eben sagen wollte, den Part, da würde ich fast sagen, dass die meisten Leute den tatsächlich reflektieren, weil, hey, das ist ein cooles Projekt, was ich mache, oder ein cooles Thema, weil sonst würden sie sich ja nicht damit beschäftigen, aber, ich glaube, für uns ist ja eher das Spannende, wieder, aus dem, aus dem Sport kommend, haben wir ja dann eine andere Perspektive, weil uns ging es ja nicht darum, dass so, hey, macht uns, dieser Sport Spaß, oder macht euch das Spaß, den Spielern und Spielern, sondern, uns ging es darum, wie kannst du besser dieses Spiel dann spielen, und da ist ja dieser Arbeitsprozess dann drin, und ich glaube, das reflektieren nicht alle, weil klar ist das, ist das gegeben, dass du sagst, ja, das ist eine coole Arbeit, die macht mir Spaß, aber reflektier mal, was ist ein guter Arbeitsprozess, und den kannst du nicht einfach so abtun mit, ja, hier, Meilenstein, check, weil das ist komplett dann, unreflektiert, weil sicher hast du das Endergebnis dann abgegeben, aber wie bist du zum Endergebnis gekommen, und die spannenden Sachen, glaube ich, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, ist ja, das muss man sich halt auch bewusst werden, es kann halt nicht im Leben nur um Arbeit gehen, und um die Optimierung von Arbeitsprozessen, sondern es muss ja gehen um Optimierung des Lebens. Ja, das fand ich schön. Und nur abschließend, nur abschließend als Gedanke, dann kannst du gleich, dass das quasi, wenn du im Kopf hast, dass ja du das, die Lebenszeit optimieren möchtest, was du ganz am Anfang schon mal gesagt hast, dann ist ja das zentral zu wissen, wie kann ich meine Arbeitsprozesse optimieren, dass ich Zeit habe für meine Lieblingsbücher lesen, die nichts mit Arbeit zu tun haben, in den Wald gehen, oder meine Freunde treffen, das ist ja super wichtig. Und wenn du das nicht reflektierst auf der Arbeitsebene, dann wirst du ja nie dorthin kommen, dass du sagst, hey, eigentlich würde ich gern mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, nicht jetzt während Corona-Zeiten, aber, oder ich würde gern meine Lieblingsserie wieder lesen, die Bücher zum Beispiel, die habe ich da irgendwie fünf rumliegen, und die würde ich gern wieder lesen. Das musst du ja mit bedenken. Voll. Also ich finde, das ist ja so ein Riesenkonzept. Ich finde das auch schön, Dirk Kreuter zum Beispiel, der auch viel macht auf dieser, also als Verkaufstrainer, aber er macht ganz viel auf dieser Mindset- und Lebensebene und er denkt immer Arbeit und Leben in einem. Also nicht in einem, aber quasi du kannst nicht das eine ohne das andere. Das finde ich einen spannenden Punkt. Und ich wollte nochmal auf die Abläufe von vorher eingehen, weil du gesagt hast, dass der Professor macht dieses oder jenes und dann ist er eine, du hast es glaube ich formell Leadership-Rolle genannt. Ich glaube, dass auf der Ecke, ich nenne es jetzt einfach mal Uni, dann noch über den Arbeitsprozess ganz viel Aufholbedarf besteht. Da ist sozusagen noch schlimmer, als in einem klassischen Unternehmen, jeder selbstständig dafür verantwortlich, wie er sein Ergebnis erreicht. Unabhängig davon, ob das ob er überhaupt weiß, wie das geht, ob er überhaupt angeleitet wurde, wie das geht, ob er überhaupt weiß, wie bei uns, und es gibt ja viele verschiedene Unis, wie bei uns gearbeitet wird, etc. Du tust einfach mal, du kriegst irgendwie eine, oder natürlich verlangt nicht mal, wer was von dir so quasi. Ich glaube, es ist komplett egal, ob irgendwer fünf Paper macht, oder zwei, oder gar, gar keinen, weil er wahrscheinlich nicht mehr lange einen Job hat, aber ihm anzuleiten, wie kommst du überhaupt dazu, dass du irgendwie fünf Papers im Jahr schaffst, was nämlich an viel ist? Ja, aber also das, ja, ich finde das so interessant, weil das ist einfach, also das ist so ein, ich sage nochmal, das ist halt ein sehr dynamisches Feld, und ich glaube, ich muss das für mich nochmal öfter durchdenken oder versuchen, das sinnvoll zu kategorisieren oder einzuordnen, wie man, wie man das überhaupt erklärt oder wie man das irgendwie klar kommuniziert, was denn da die, die, die Issues sozusagen sind, weil es ist halt, es ist halt eine Sache von, eigentlich das, was du gesagt hast, ja, das ist, es ist individuell allen klar, was sie machen müssen und das ist ja auch gut so, weil das ist ja dann das Erste, was so als, Gegenargument kommt im Vergleich zu einem Unternehmen wie jetzt irgendwie Softwareentwicklung zum Beispiel, dass du halt diese, diese, wie sagt man, diese Freiheit der Wissenschaft oder Freiheit der Lehre oder dieses freiere Arbeiten kann man oft als Argument nutzen dafür, dass man ja keine Anleitung braucht, wie man denn zu arbeiten hat, weil, also quasi nur um den Gedanken eben abzuschließen, ist halt, das ist halt ein klassisches Argument, wo du sagst, das ist quasi das Schöne an Knowledge Work, dass du ja eigentlich, deine einzige Arbeit ist es, Knowledge zu machen, sozusagen, wie du es dann ausdefinierst, ist ja sowieso eine andere Geschichte, aber dadurch, dass es so ein, ein undefinierbares, abstraktes Feld ist, ist halt einfach so, das muss mir ja niemand anleiten, weil ich meine, ja, ich lese Sachen, dann denke ich über Dinge nach, dann konzipiere ich was und dann ist hier was fertig, es ist halt einfach, also mir fallen unheimlich viele Gegenargumente ein zu den ganzen Punkten, wo es dann sehr schön heißt, so, nee, im Bildungsbereich ist es anders und da kann man natürlich runtergehen auf, auf, quasi, Schule ist nochmal was anderes oder Lehre zu machen ist nochmal was anderes, weil eben, wie ich schon gesagt habe, da ist ja ganz konkret, könntest du sagen, da ist ein Endprodukt, das Seminar, was du zum Beispiel halten musst, aber es ist halt so dynamisch, dass da einfach diese Kategorisierung unheimlich schwer ist, glaube ich. Ja, da tue ich mir jetzt alles ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, was da jetzt gerade kam. Also erstens möchte ich nochmal den Punkt bringen mit, dass die Arbeit und die Arbeitsprozesse zwei Paar Schuhe sind, ich finde, man darf das nicht verknüpfen. Sowieso. Die Forschung, die Freiheit der Lehre oder der Forschung ist, glaube ich, eigentlich ganz was anderes, weil da geht es, glaube ich, mehr darum, dass du sozusagen losgelöst von politischen Repressionen Sachen neutral unter Anführungszeichen angehen kannst und nicht, dass dir keiner sagt, hey, du solltest nicht so viele E-Mails schreiben, sondern mehr deep über deine Paper nachdenken. Exakt. Also, und da fallen mir noch ein paar andere Punkte wahrscheinlich ein, ja. Und da ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, genau da ist Nachholbedarf, weil einfach das Mindset ist ein anderes, oder gar nicht das Mindset, das ist ein falsches Wort, die Wahrnehmung der Arbeit ist eine andere. Ja. Und ich finde das, also ich finde das immer deswegen interessant, darüber nachzudenken, weil, wieder für uns beide ist das ja in vielen Fällen anders, weil, wenn du mal irgendwie aus dem Leistungssport kommst, dann hast du halt eine sehr gezielte und strukturierte Arbeitsweise quasi gelernt, weil anders geht es nicht, weil anders du, ja, dann verlierst du quasi jedes Spiel oder verlierst schon jedes Training und du verletzt dich ständig und du hast keine Erfolgserlebnisse und verbessert dich nie, also so funktioniert es ja nicht, da strebst du ja sowieso immer nach Entwicklung und nach anderen Dingen. Und das ist ja bei ganz vielen Bereichen einfach nicht gegeben. Also, ich sage das natürlich immer gern, aber ich habe halt viel gelernt aus dem Leistungssportbereich, aus dem zu kommen. Ich möchte das noch um eins weiterspinnen, wo es vielleicht noch offensichtlicher ist, aber genau dieselbe Dynamik herrscht. Ich höre immer wieder von Menschen, die dann sagen, ah, finde ich toll, dass du Klavier spielst. Ich habe es auch mal probiert, aber ich habe es nicht können. Und dann fragst du, ja, wie lange hast du denn geübt? Ja, das habe ich so eine Woche, zwei, aber dann hat es mich irgendwie, hat nicht funktioniert, dann hat es mich nicht mehr gefreut. Und das so, ich meine, dir ist schon klar, dass jeder, der Musik macht, abgesehen vielleicht von ein bisschen Gitarre spielen, dass da jahrelanges Üben oder nennst Training oder wie auch immer, dahinter liegt. Wie kannst du nach einer Woche sagen, du hast es nicht können, niemand hat es nach einer Woche können. Und da liegt es irgendwie vielleicht dann so auf der Hand oder aber scheinbar eben nicht für viele, wo ich mir denke, ja, wie kommst du auf das, dass du das nach einer Woche schon können hättest sollen oder was genau hat dich dazu animiert, zu glauben, dass du das nach einer Woche kannst? Ja, aber das ist, ich glaube, das ist bei vielen auch so eine Definitionsfrage, weil, also das Klavierbeispiel selbst ist, glaube ich, ganz schnell dann als Skill abgetan, also Skill unter Anführungsstrichen, quasi als grobes Wort, als Skill abgetan, wo die Annahme ist, dass das Lernen von einem Skill anders funktioniert, als das Aneignen von Wissen und Wissen jetzt wieder unter Anführungsstrichen als Gegenvergleich zu grob Skill, grob Wissen. Das ist einfach, glaube ich, viele denken, dass, naja, gut, ein Skill, stecke ich mal zwei Wochen rein und dann merke ich schon, dass bei dem Skill irgendwas passiert oder dass ich den Skill halt irgendwie auf Experience Level 1 dann den Skill schon habe, aber das ist ja, glaube ich, nur so eine bisschen falsche Wahrnehmung. Also kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, oder auf nicht mal 0,1 so ungefähr. Ja, schwierig, schwierig. Ich glaube, da fehlt ein bisschen oft die Perspektive natürlich hinten drauf. Also auch bei Sport, ich meine, man sieht halt die Skifahrer oder keine Ahnung und letztens habe ich mir gedacht, also so ein Abfahrer, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, was das für ein Brocken ist? Also ich meine, diese Typen wiegen deutlich über 100 Kilo, sind alle durchaus schwer. Also ich meine, die müssen Jahre natürlich ein Krafttraining hinter sich haben, dass du auch nur annähernd in so eine Kondition kommst. Und nebenbei tun sie halt Skifahren, ne? aber nur, was da sozusagen noch mitschwingt. Oder du siehst mal irgendwie lässig am BMX irgendwie dreifach Saltes machen. Was glaubst du denn, was für eine Form du sein musst, dass du das aushaltst, von drei Metern auf einem BMX zu landen? Ja. Abgesehen davon, dass du wahrscheinlich trotzdem fünfmal im Jahr sämtliche Knochen brechen wirst. Ja, für mich, also vielleicht abschließend zu dem großen Gedanken ist halt, was ich ja schon oft gesagt habe, ist, dass ich das unheimlich wertvoll gefunden habe für alles, was ich in der Arbeit gemacht habe, ist einfach eben aus dem Leistungssport zu kommen und halt wirklich als ganz jung damit schon begonnen zu haben, aktiv und dann eben als Trainer einfach in dem Bereich lange zu bleiben, hat mir sehr viel gegeben und ich frage mich eben, wie kann man solche Prinzipien, die, sag ich einmal, wir aus dem Leistungssport so mitgenommen haben, wie kann man die transferieren in solche Arbeitsfelder wie jetzt in meinem Fall dann die Hochschule, wo es halt nicht geht zu sagen, dass so, ja nur wenn du in dem und dem Bereich Vorerfahrung hast, nur dann kann das legitim sein, was du dann machst, weil natürlich nicht alle aus dem Leistungssport kommen oder nicht alle selbstständig mal gearbeitet haben, wo natürlich die Anforderungslevel und Selbstorganisationslevel ganz woanders sind, als jetzt wenn du studierst, dann bleibst du an der Uni, machst wissenschaftliche Mitarbeiter oder machst eine studentische Stelle und machst dann, bleibst du einfach in diesem Ökosystem sozusagen und du kannst ja beides nicht irgendwie discrediten, wie man so schön sagt, sondern du musst quasi nehmen, was halt kommt und versuchen, das möglichst alle Potenziale überall entfalten zu können und ich frage mich halt immer, wie kann ich die Prinzipien, die ich gelernt habe, sozusagen auch in die Arbeit transferieren und das ist ja natürlich mal machbar, auch jetzt in meinem persönlichen Fall, mal ist machbar und mal schwieriger und da muss man sich halt wieder voll rannehmen und sagen, so ja, da gibt es die Grundprinzipien, du musst die versuchen einzuhalten, also ob das jetzt dann Discipline Winnie Goose Freedom ist, was der Jocker so schön gesagt hat oder halt teilweise Deep Work Geschichten vom Kel, aber trotzdem muss man sich da immer irgendwie ranhalten und das ist finde ich, also für mich so ein ganz spannender Punkt, der im Hintergrund immer mitfließt, wie man das transferieren kann und wie man das rüberbringt überhaupt, weil es ist eben, nur abschließend zu dem ist halt, klar kann ich dir das sagen mit, ja, ich habe die Erfahrung im Leistungssport gemacht und du wirst das genau nachvollziehen können, was ich meine mit, wenn du mal ein Training auslässt, dann weißt du, was das heißt, wenn du zwei Tage danach ein Spiel hättest an Vorarbeitungszeit, ob das jetzt mental oder körperlich ist, weißt du, was dir da rausgefallen ist an Vorarbeitungszeit, aber wenn ich das jetzt einer anderen Person, die das nicht mitgemacht hat, sage mit, hey, wenn du dort diesen Arbeitsschritt auslässt, dann wird es voll schwierig für dich nächste Woche bei dem Abschlussprojekt, das ist zu abstrakt, glaube ich. Ist zu abstrakt, mir ist ein Gedanke gerade gekommen, vielleicht kannst du mit dem dann weiterarbeiten, Mentoring, einfach zu sagen, da gibt es irgendwen oder vielleicht auch zwei, die sind neu und man schafft sozusagen einen offiziellen Rahmen um dieses Problem herum und kann im Rahmen von dem dann Sachen besprechen oder auf Wirkmechanismen hinweisen oder Ideen geben oder auch Rückmeldung geben, einen Reflexionsrahmen bieten für Arbeitsprozesse. Was dann vielleicht, was dann nämlich heißt zum Beispiel, dass die Leute nicht auf alles selber draufkommen müssen, was oft so ein Riesenthema ist. Was für eine Verschwendung, wenn Leute zuerst zwei Jahre lang straucheln, nur um dann von selber draufzukommen, und hey, es wäre auch viel leichter gegangen. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Da muss ich noch drüber nachdenken, über die Rahmen des Ganzen. Gibt es sowas? Oder ich höre das öfters halt mit meinem Doktorvater oder mein, weiß ich nicht, auf Englisch nennen sie es irgendwie anders, mein, 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 ja, Advisor. genau, Ja, wobei, ich meine, da weiß ich halt zu wenig über die, die detaillierte, also, wieder über den detaillierten Arbeitsprozess eines Mentorings, da weiß ich zu wenig. Ich weiß nicht, wie, wie, auf welcher Ebene das dort ansetzt, sozusagen, weil meine Annahme und ich könnte mal nachfragen bei meinen ganzen Freunden und Bekannten, wie die das gemacht haben, vielleicht haben die da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber meine, meine Annahme, die sehr naive und sehr weit davon entfernt ist, vermutlich, dass es auch dort eher inhaltliche Fragestellungen gibt, in denen man unterstützt wird, weil es eben wieder eine wissenschaftliche Arbeit ist, die man produziert oder eine Forschung und eben genau nicht der Punkt, den wir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit versuchen zu entziffern, nämlich Arbeitsprozesse konkret, also, wir haben wieder diese zwei Dinge mit Arbeitsprozess und Arbeit, Arbeit. Besser besser eigentlich sogar, dass das losgelöst ist, vielleicht sogar von diesem konkreten Aspekt, der Doktor arbeitet oder der Thesis, die du halt gerade arbeitest und ich glaube auch dann darf man sich wieder das gar nicht zu groß denken. Ich meine, angenommen, du würdest jetzt irgendwen mentoren, was sicher möglich wäre, dann setze selber den Rahmen. Was sind die wichtigen Punkte? Ich meine, ich finde, da ist Joker das wunderbare Beispiel, hat dort viel mitgenommen, hat viel Klarheit gehabt und hat, er sagt ja selber, er hat seine wichtigsten Prinzipien in einem Abend runtergeschrieben gehabt. Und genauso würde ich es da auch sehen, also ohne da jetzt großen, ja, was könnte man machen, was, ja, wird sich im Laufe des Programms herausstellen, was man dort macht. Ich bin sicher, wenn du dich hinsetzt, wirst du einen hoffen genügend gute Ideen haben, was ein wesentlicher Aspekt sein könnte, den erarbeitet wird. Und abgesehen davon werden schon genug Fragen vom anderen kommen, keine Sorge. Ja, also ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man das eben trennt vom inhaltlichen Mentoring und eben auf ein Prozess Mentoring geht. Also Arbeitsprozess gefällt mir immer besser das Wort, muss ich ganz ehrlich sagen. Also geht gut runter, geht gut. Ja, finde ich eigentlich fast ein schönes Schlusswort für diese Sache. Passt eigentlich gut. Ja, Arbeitsprozesse sind nicht genug. Naja, das habe ich nicht gut formuliert. Ich glaube, wir sind fertig tatsächlich. Arbeitsprozesse ist das Stichwort auch für die Zukunft anscheinend. Toll. Gut. Hat mich gefreut. Vielen Dank. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.